jetzt haben wir nur noch wo ist er da ist da r d w 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 Was ist das? Aber ich weiß nicht, dass ich Sion nicht mehr so interessiert habe. Ah, ich weiß nicht, dass du Neuri interessierst. Du bist ja auch. Vielleicht ist es sie. Ich weiß nicht, dass du siehst. Ich weiß nicht. Aber wie ist Sion? Ich habe... Ich habe das Gefühl, dass das Feuer in der Kraft geblieben ist. Das Feuer in der Flügel... Das wird wiederum passieren. Ich weiß nicht, dass Sion und du dich nicht mit dem Schraub haben. Ich werde das Feuer in der Kraft geblieben. Das ist doch nicht so, was ich? Das ist doch nicht so, was ich? Wenn du deinem Vater sterben, hast du gesagt, dass du dich anstattest, dass du dich anstattest, dass du dich anstattest, dass du dich anstattest. Das stimmt. Ich glaube, es ist sicher, dass du dich in Ordnung hast. Arpheu... Du hast gesagt, dass du mein Geist, was mein Geist, was für mich, was für Sion. Nur, dass es viele Dinge gibt... ...dass du... ...dass du... ...dass du... ...dass du... ...dass du keine Ahnung... ...dass du... ...dass du... Dankeschön, Lo. Okay. Ich glaube, ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Sorry. Ich glaube, wir müssen hierfür warten. Ich glaube, wir müssen hierfür warten. Alle. Ich glaube, wir müssen wir hierherdeln. Arfen? Gehen wir da? Gehen wir. Ich habe keine Zeit, wenn wir hierherdeln gehen, dann geht's nicht. Genau. Arfen. Ja, genau das. Gehen wir! Oh, Lord, etwas schickes Ausnahmekämpfer, maximaler AI, okay, äh, da, so, gut, ach so, ich warte noch mal kurz gucken, Alphen, Renval, Lohn, Kisara, ähm, und zwar möchte ich gerne, nein, stopp, Dohalim tauschen, weil Dohalim nämlich Heilungstechniken hat, und lohne ich. So, erst mal 22 Hunde machen, wow. Äh, Zitronengelene. So, warte mal, jetzt gehen wir mal kurz zum Waffenschmisch. So, warte mal, aber... Oh. Okay. Äh, Dohalim bekommt auch eine neue Würfel zu denen hier. Okay. Dafür fehlen mir... Fehlt mir Geld, okay. Das ist okay. Schmessern davon mal 10 raus. Ach du Scheiße, Alter. Wie viel als 3 Kristalle habe ich denn bitte? Okay. Ich hab immer noch 40. Äh, oder noch irgendwo? Davon haben wir noch relativ viel. Okay. Gut, okay, das ist dann jetzt Essen mit Pilzen und sowas alles. Die 400 nehme ich noch mit. Äh, so, Lohn bekommt dann die hier noch. Äh, ups. Dann möchte ich hier gerne noch was kaufen. Ich hab noch 4 davon mit. Und zweimal das Zitronengelee und dann sollte es jetzt mal reichen. So. Oh. Das ist ein... Nee, der kann. Gut. Und, let's go. Du, 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 du. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, das ist hier auch ein bisschen was. Also Hoodl hat reagiert. Das ist gut. Heißt hier irgendwo ist noch ein Hoodl unterwegs. So. Ich hatte ein bisschen Angst da. Let's go. Dann erstmal die Zeugel hier wegnaschen. Oder den riesigen Zeugel, der da jetzt gleich auf die Ecke gestampft kommt, wahrscheinlich. Ah ja, fast. Okay? Ich habe auch Angst. Wir alle sind auch gleich. Ich kann mich nur abwarten. Komm! Oh Gott. Ich kann mich auch abwarten. 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 Ja membershipisch. Jah! Ich kann mich auch abwarten. Genau. 今 mit dem Knife. Gonna. Und um. Ja. . Und um. Was ist das? Wir machen. Das war's oben. Hallo? Nein, ich bin dran. Hier geht's. Das ist so, dass wir alle mit den Karten und die Hügel spüren müssen. Es ist so, dass wir es viel zu spüren müssen. Es ist gut, dass wir die Stadt zu retten haben. Ah. Das war's für mich. Ja. Das war's für mich. Hm. Hm. Ja, das ist Sion. Natürlich. Ich werde die Hilfe von Bölleran. Ich werde die Bölleran von Bölleran entfernen. Ich werde alle, die Kraft geben. Ich werde das immer gut sein. Ich werde es nicht mehr so gut sein. Ich werde die Ganas-Harros-Ganass-Harros sein. Pergion. Ich weiß nicht, dass wir hier nicht mehr verletzen sind. Aber es ist nicht so, dass wir hier nicht mehr verletzen sind. Ich weiß nicht, dass wir hier nicht mehr verletzen sind. Aber es ist ein Weg, dass wir hier nicht mehr verletzen sind. Entschuldigung, wir gehen! Oh, mein Gespräch. Ich glaube, ich habe nur einen Maha-Baru gefunden. Soll ich das? Ich glaube, dass er nur mit dem船 ist. Oh, das ist das? Oh Gott. Ich glaube, dass wir alle zusammen mit dem Hama-Baru verabschieden haben, dass der船 ein bisschen verabschieden war. Ich glaube, dass er sich nicht weiterentwickelt. Es ist ein Problem, aber es ist ein Problem. Es ist ein Problem, ob es auf dem Meer oder auf dem Meer ist. Es ist kein Problem für uns. Es wird nicht weitergehen. Ich verstehe. Nein, das ist nicht so. Wir haben uns alle verletzten. Was ist das gleiche? Keine Ahnung. Die anderen sind alles危險. Sie haben sich alles verletzten. Das hat man sehr verletzten. Was hast du das? Das ist ein grosser Land. Ich habe die Züggel für die Züggel gekauft. Das ist ein Gehirn. Hmph Ich habe mich nicht mehr als eine Läna gefangen. Aber ich habe mich nicht mehr als ein Verrückter. Ich denke, dass Sion und die Frau anders sind. So. Aber ich habe mich nicht mehr als Aume-Dora gesagt. Ich habe mich nicht verletzt, aber ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt, und ich habe mich nicht verletzt. Ich habe auch einen Weg, warum ich mich nicht verletzen kann. Aber ich denke, wenn ich mich nicht verletzt hatte, das ist das Beste. Ich glaube, ich wollte es für mich nicht verletzen. Ich denke, dass ich mich nicht verletzen kann, was ich? Ich denke, dass es nicht so gut ist. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht verletzen kann. Oh, ich weiß nicht. Ich habe mich auch noch nicht geplant. Ich bin noch nicht geplant. Ach ja. Ja, ich werde auch geplant. Danke, Kisara. ich höre ich sternen haarspangen wie man gegen zwei gekämpft dann muss ich euch ja mein bloß durch einbitten ernten notlage zu schwenken dass wir bereits eine zeuge ausgelöscht haben die ins dorf gelangen wollten ihr wart das die zeuge versuchten gar nicht uns anzugreifen sie stehlen unsere fische fische diese affenzeuge haben riesige arme sie schlagen was aber fläche und erzeugen so massive schockwellen so betäuben sie die fische damit dies an dieser an die oberfläche das letzte in letzter zeit gelernt sie sind verdammt gut darin geworden weil es nicht unrecht macht verdammt richtig mussten eher darum wie sie fischen als um den fakt dass sie euch die fische wegschnappen ihr seid die einzigen die das zeug dazu haben die verrückten affen zu vertreiben könnt ihr uns äh können wir uns auf eine rechte verlassen ja klar ich habe es ich habe jetzt eine anzeige prio jetzt erstes machen ja die 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 Hm.